Das war die dritte Stunde, kl. 9 Uhr morgens, als sie am Kreuzten. Und wovon am Kreuz schreibe sie, der Judenkönig. Dort wird sie gegen am Hoden und wo wäre sie am Kreuzten. Sie kreuzten mit am Taub noch zwei Mörder, einen an der rechten und einen an der linken Seite. Das war so rum, als sie schreibe Stunde. Er wurde unter den Verbrecher geteilt. Und die da vorbegingen, schädelten mit dem Karp und lasterten, und sagten, Aha! Du, die du den Tempel doelbrakst und drei Tage abhust, rät dich selbst und komm vom Kreuz herauf. Idag so deiden auch den Hüge Priester und Schriftgelehrer über am Sparten, und sagten unter sich, er hat andere geholfen, aber kann sich selbst nicht helfen. Låt den Christus, den König über Israel nun vom Kreuz herauf kommen, damit wir seinen und leben können. Und die mit am Taub gekreuzig werden, schulden auch Eva ab. Und die mit am Tag wird es drei Stunden über dem ganzen Land dienst. und dann kam nach zwei Stunden und nach drei Stunden und nach drei Stunden schrie Jesus und nach drei Stunden und sagte, Eili, Eili, Lama, da wächst da nie. Der meinte, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? und sie sagte, aus einiger von die, die da bistunden und da hat hier die Säden, die kickte mal, die röpt den Eili. Dann rand einer und legt ein Schwamm voll wehnedig tragen, stürpt den auf ein Rohrstock und hält am den Hahn zu trinken und sied, wach, welwe muss seinen auf Eili-Amport kommen er aufnehmen. Und Jezus schrieg luid und gave seinen Odem ab. Dann riecht der Gerdin im Tempel von boven, bei Oingenüten ein. Als der Offizier, der am jägen Ewa stund, sah, wau he schrieg an seinen Odem abgief, sagte, dies moan es wirklich Gott sein sein. Da waren auch frühe's, die von Wiedem tot kickten. Da waren Marie von Magdala und die jüngere Jacob von und ihre Mutter und Salome. Diese frühe's waren in Galiläa mit ihm gewaast und für ihn gesorgt. Da waren auch noch andere frühe's, die mit ihm waren, mitgekommen nach Jerusalem. Das war Halle-Ovent, der Tag an der sie bis zum Sabbath. Aus der Ovenwort nehmt Josef von Arimathea, ein ehrlicher Rodgever, und einer, der auch nur das Gottesrecht lührt, den Maut bei Pilates anehn zu gönnen und auch Jesus in den Lief zu fragen. Pilates wundert sich, dass er all död wär, und fadert den Offizier und frügt ihm auf Jesus all död wär. Und als er dort den Offizier ausfängt, leidt er Josef in den Lief. Dann kauft er feine Cartoon und nehmt Jesus erauf und wickelt ihm und die Cartoon an, und leidt ihm an den Zorg, dort einen Stein von der Öpne Loch. Und Marie von Magdala und Jesus seine Mutter, Marie, posten auf, wo sie am Haan leiden. Amen.